Dann habe ich jetzt gerade gesehen, die Strecke, das ist unsere älteste Strecke, die wir besitzen haben. Die könnte man eigentlich mal ein bisschen, obwohl, ne, die müsste ich, hm, da habe ich einen. Die Valera, die ganze Zeit, diese Schnellstrecken. Das ist eigentlich wie unsere große Hauptstadt. Was war denn hier alles? Hauptstrecke war denn hier alle? Wie sieht denn die Hauptstrecke überhaupt aus? Fahrt, der fährt er noch? Neu-Minuten-Takt ist schlechter geworden, ne? Wollen wir da mal noch einen Zug drauflegen? Tun wir noch einen Zug. Wie viele Waren sind immer dran? Fünf. Und kaufen wir noch eins, zwei. Tun wir die Linie zuweisen auf der Hauptstrecke. Fahren die voll eigentlich schon mal? So wie ich die kenne, fahren die ja alle hin und her. Wo sind sie denn aktuell? Einer, kommt, der zweite ist ja auch gleicher. Zwei, und der dritte fährt er hin bestimmt gerade los, ne? Hm, war klar. Du kannst machen, was du willst. Sie sind alle hinteneinander. Und lassen mich gerade nicht hinten, ne? Wir warten gerade hunderte an der Hauptstrecke. 123 auf der Linie, 122 warten, 111. Das ist genauso was hier. E-Zug. Zwei Züge. Obwohl, die haben sich gerade eingemassen. Na gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Sollen sie weiterfahren? Die machen doch kein Minus, oder? Nö, und die Hauptstrecke macht doch kein Minus. Okay, habe mich geirrt. Macht doch Minus. Wer macht denn überhaupt Minus? Hätte ich generell mal gesehen. Eine Straßenbahn, das kann man mal leisten. Ach guck, die Hauptstrecke macht 100+. Das ist ein bisschen Minus. Das stört mich ohne. Du weißt, wie viel Geld haben wir hier. 336 Millionen. Ich hoffe, ich habe das erst mal immer. Äh, was ist denn das? Ach, das ist die erweiterte Strecke. Erinnert sich, ne? Produziert er hinten jetzt eigentlich Holz, oder ne? Wie sieht denn das aus? Wollte der Typ da oben nicht mehr Holz haben? Versuchen Sie mal Holz anzuliefern. Versuche ich doch. Ich bin doch so zu Sachen dabei. Ach so. Ach so. Das habe ich. Hm. Das ist ohne so recht bedacht, ne? Das ist ohne so recht bedacht, ne? Nun ja. Bleibt mir fast nichts anderes übrig, als die Sachen. Wir machen hier einen viergleisigen Ausbau. So. Das andere Stück davon hätte ich schon draufgefahren. Ne. 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 Geht hoch! Geht auch! Und hier treffen sie sich halt ein bissel, aber das... Können wir doch eh so ein Signal regeln. Ich finde hier gerade noch irgendwo... Ach Gott, was haben wir denn hier für Signale noch? Das sind so ähnliche Dampflok, die wir fahren noch, ne? Ich glaube, alles andere habe ich wirklich aussortiert. Was ist denn die 1,50? Ist das die Überlandstrecke? Jo! Das läuft, ne? Sehr gut! Okay! Liebe Freunde! Der guten Unterhaltung! Das ist die Überlandstrecke! Das ist die Überlandstrecke! Und das ist die Überlandstrecke! Jetzt brauchst du mehr Kohle, Freundchen! Jetzt brauchst du mehr Kohle! Wirst du vergrößern? Das ist die Überlandstrecke! Kohle sieht doch genauso schlecht aus wie mit dem Erzzeug, ne? Woher hin hatte ich noch wilde Kohle? Woher hin hatte ich noch wilde Kohle? Das ist die Überlandstrecke! Das ist die Überlandstrecke! Das ist die Überlandstrecke! Soll ich das denn von hier hinten? Ich könnte... Boah, Mann! Was mache ich denn? Vor allen Dingen habe ich jetzt nur den mit Gütern versorgt, aber den hier hinten nur noch nicht! Aber der ist jetzt auch schon, ne? Ah, Burgliebe, nein... Burgliebe, nein... Ich sehe jetzt nur noch den hier hinten, der noch nicht mit Gütern versorgt ist! Könntest du noch mehr? Nein, der stößt jetzt an der Obergrenze an! Mehr schafft er nicht jetzt, ja! Vielleicht kannst du vergessen, dass ich da noch mehr holze, aber... Hm... Mena hat Steppe Urchen mit Holz versorgt, ne? Oder generell mit Gütern! Wollen wir erstmal was anders machen! Und zwar... Ich habe viele Güter! Versorgt... Versorgt... Nicht... Irgendwie kommt das irgendwo her... Du hast auch irgendwo was... Du bekommst auch von irgendwo her in... Zumindest... Du auch? Wo ist die letzte Stadt hier hinten? Könnte mehr werden... Könnte mehr werden... Oh, ne, hier hinten, die werden versorgt! Ne, ich würde das... Was macht denn unsere Überlandstraßenbahn? Lohnt sich! Funktioniert also! Na gut, würde ich sagen... Versuch mal... Du mal jetzt mal die Güter machen hier! Zwar für die zwei Städte erstmal! Wenn ich jetzt hier eine Bahn baue, ne? Könnte ich auch... Ist das sinnlos, was ich gemacht habe mit der... Mit der Straßenbahn? Ich bin eigentlich gezwungen... Jetzt hat er auch noch seine Lebensdauer erreicht... Hm... Ich bin eigentlich gezwungen hier auf Straße, weil... Ich hab jetzt so angefangen... Also muss ich eigentlich so öff hören... Sieht Musik aus... Sonntags ruhig... Und hier hinten noch... Hier ist Platz... Für das Stadtwachstum! So! Wie laufen die Bahn eigentlich? Wenn hier so ein Minus ist... Dann kann das nur heißen... Da muss irgendwo ein Problem sein... Und hier... Ach, das kürzt mich immer ein... Wo ist denn der gerade? Was ist denn das hier für eine Stadt? Ach, Kidding! Du Scheiße! Guck dir das mal an hier! Was habe ich denn hier gebaut? Könnte ich mir irgendwie ein Auto noch... Okay... то... Das ist mal ein Video! du mich aber doch komplett aus dem konzept gebracht ja leute neue linie von hier nach hier und eine neue linie hier nach hier und eine neue linie von hier nach hier wir haben erst geld deswegen wollen wir mal direkt vor vorzüge dort sitzen tut es schon die linie benutzung so straßenfahrzeuge kaufen 1 2 3 4 auf die 75 dann 1 2 3 4 auf die 76 und 1 2 3 4 auf die 75 ne quatsch was habe ich jetzt gemacht du 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 die linie auf die 77 so du auch auf die 77 so du auch auf die 77 überleg grad irgendwas noch auf die straßen ne wollte ich ja nicht das sind das plötzlich mit lkw es noch drauf rum vor so was haben wir denn jetzt takt auf der 76 brauchen wir noch zwei die 76 eben vielleicht noch so ist gut so ist es fein vor allem kommen die alle schön hier an alle in unterschiedlichen endlich mal so wie es sein soll und was ist noch stört sie mangelnde straße so weiß ich mache jetzt hier mal eine größere straße aber ich mache es nur bis hier hin ist eigentlich drunter sich zwischen der die hat einen richtigen fußweg oder was hier gehe ich jetzt mit der straße weiter weil hier unten vorn zwei lkw strecken gleichzeitig also kann man da nicht genügend platz nicht genügend platz wenn ich da scheiße schon mal erzählt habe mir unten vorn zwei strecken hier vorn drei strecken gleichzeitig füllen wir uns gerade so ein so trotzdem von sie kürmisch so ist aber in ordnung und ich denke die linie man demnächst plus machen wie schön wir das draußen bei mir gefällt mir doch gefällt mir doch schon ein bisschen